So, guten Morgen. Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Warzone 2100. Ich habe noch mal ein wenig mit der Sound-Einstellung gespielt und hoffe, dass ich dieses Mal keine Rausche und so Zeug mit drin habe. Überhaupt keine mehr. Und nein, nein, ich muss kein Tutorial spielen. Ich möchte noch mal unter Optionen schauen und, ja, ist immer noch schwer. Okay. Es kommt mir, ehrlich gesagt, zu leicht vor. Okay, wahrscheinlich ist das jetzt nur der erste Teil der Kampagne und... Dann im zweiten kommst du so richtig extrem schwer mit 20.568,3 Gegnern pro Sekunde. Und das war jetzt... Okay, ich soll vielleicht die Zeit lesen, wenn ich den richtigen Spielstand laden will. Nein, ich mache einfach wieder auf gut Glück und lade einfach alle, ja. Ist statt, wo es noch mehrmals sind. Ah ja, die Welt und... Oh, hab ich viel Einheiten und... Oh. Ah, ich... Wo fahrt ihr jetzt denn? Äh, wo war ich? Okay, Moment. Ich habe da Türme gebaut und... Warum fährst du dann rauf und da runter? Verdammt, ich hasse euch. Warte mal, ich könnte eigentlich... Hier, hierher. Beifuß, 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 ich baue jetzt einen, äh, wachtturm, Sensor-Turm. Ich baue einen Sensor-Turm und ich baue noch... Ich baue... Nein, ich baue, habe ich gesagt. Mittleres Geschütz. Bauen wir noch mittleres... Abgeschlossen. Oh. Okay. Das ging schneller als erwartet. Ähm, naja, egal. Ich will mich mal halten, einen Moment. Mercer ist drei. Äh, ah je, eh. Fahrt mal daher. Was will ich überhaupt machen? Äh, gegen was kämpfe ich? Ah ja, ich kämpfe inzwischen gegen das New Paradigm. Nicht mehr gegen die Scavenger. Okay, jetzt sind noch nur irgendwelche Pfeifen. Ja, die mögen uns nicht. Ja, keine Ahnung, weil es eine militärische Organisation sind und ganz böse und wir sind natürlich die Guten. Wie könnte es anders sein? Demokratisch gewählt und so, ja, ja, ja. Irgendwann mal, so. Oh, es geht, es geht. Oh. Schön, schön. So muss es sein, so muss es sein. Und da bauen wir jetzt einen. Mg, komm, ich will ja richtig geschützt haben da. Irgendwas, was richtig bumstert und was will ich jetzt bauen. Konstruktion abgeschlossen. Ich bau noch ein paar Panzer. Denn ich hab so wenig. Ja, gibt es ein Einheitlimit? Ich hoffe nicht. Obwohl, wäre vielleicht besser. Schlechter, schlechter, schwierige Sache. Gibt es ein Einheitlimit? Ich weiß, dass jemand schreibt mir das. Wäre interessant zu wissen, glaube ich. Sicherlich auch irgendwie vor der Laftung. Ich hab so wenig. Trefft ihr auch was? Naja, durchwachsen, durchwachsen. Ah, scheiß Husten, ey. Es ist Sommer, 30... Draußen sind 30, 35 Grad tagsüber und ich kriege einen Schnupfen. Nein, Husten. Ach, Husten, Schnupfen. Sieh, das ist dasselbe Scheiß. Produktion abgeschlossen, Konstruktion abgeschlossen Was erzähl ich da überhaupt für ein Mist? Das sind doch wirklich keine Ich hab' ich zieh da mal ne Mauer rum Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die nicht einmauere Ich seh's schon kommen, ich seh's schon kommen, irgendeinen mauer ich ein Ein mauer ich ein, da bin ich mir ziemlich sicher So, wie sieht's mit euch aus? Schießt ihr überhaupt alle auf den? Nein, nein, dann muss ich weiter... Hey, Moment Was, war das? Hey, oh nein, die schießen zurück mit Messern, ist doch unfair Verdammt, ich mochte Messer grad so sehr Die Messer, oder? Ja, die haben Messer Verdammt, warum haben die auch Messer? Ist doch unfair Das ist meine Taktik Arschlöcher Messer, ich glaube, es geht los Das Distanz kann ja jeder alles kaputt machen Nutz doch richtige Waffen, hier Nuse Ob ich das war raus Ich mauer gleich einen ein Ich seh's, komm, irgendeiner wird da drin stehen und eingemauert sein Fahr raus Fahr raus, hab ich gesagt, raus Nein Nein, ich hab's geschafft, nein, nein, fahr da nicht Da Konstruktion abgeschlossen Ich hab's gesagt Ich wusste es, ich wusste es Irgendein mauer ich ein Ich hasse euch Ah Okay, mach auf Raus da Versuchen wir es noch einmal Ist das ne gute Idee? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein Komm, wird fertig, wird fertig Konstruktion abgeschlossen Naja, aber mit zwei Versuchen hat's geklappt Und wir fahren jetzt wieder da rauf So Und... Oh, nein, nein, meine Mörser Mein Mörser, mein Mörser, mein Mörser Was? Ich... Ich hab dich doch ausgewählt Hallo? Warum kann ich dich nicht weg... Was ist das? Hä? Ich kann dich nicht einzeln auswählen, wenn die dem Sensor-Turm zugewiesen sind? Was für ein Scheiß ist das denn? Oh, was separiert denn endlich? Oh, fickt euch doch Wie weit ist denn der Turnblock kaputt? Ohhhh Einheiten zu viele Viel zu viele Und ich hab schon scheiß Husten Das ist... Kann ich überhaupt was erforschen? Nein, nein, nein Zwei Zwei Drei Was? Moment Gruppe Zwei Meldet Gruppe Zwei Meldet Äh, okay Da hat der Sound wohl grad... Et... etwas Arbeitet im Sensor-Modus Nein Meldet Komm schon wieder ihren... Bussen und ihren Flammenwerfern und... Nein Plasma Und was weiß ich was die haben Ihren Kanonen, die ich nicht habe, warum hab ich die nicht? Ich will die auch haben, das ist unfair Die haben Waffen, die ich nicht habe Soll verboten werden Konstruktion abgeschlossen Ohja Da ist noch riesen... keine Fragen Ich hab noch überhaupt nicht angegriffen Wie geil ist das denn? Ich seh's schon kommen Ich hab am Schluss keine Zeit mehr Ich... ich seh's kommen Habt ihr den Turm jetzt kaputt? Turmbunker, ja... Turmbunker, wo ist der Unterschied? Wir können... Was macht ihr denn? Jetzt sollt ihr eine Mauer bauen Es ist so schwer Eine Mauer Doch, naja... Es sind halt keine Deutsche, ne? Die wissen nicht wie man Mauer baut, ne? Ich glaub da baut jetzt noch eine So, wie sieht's aus? Habt ihr den Bungerturm? Turmbunker Ach komm Oh, was macht ihr denn? Feuer Konstruktion abgeschlossen Ich sag nichts Ist er jetzt kaputt? Ja Können die einen oder anderen kaputt schießen? Nein Wär auch zu schön gewesen Äh... wir wollen noch eine Mauer bohren Und wir mauern wieder irgendeinen ein Bestimmt, bestimmt Irgendeiner wird wieder drin stehen Da, 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 da Ist was so offensichtlich, so klar, so... Konstruktion abgeschlossen Es macht mich wahnsinnig Da, ich baut eine Mauer und fahrt nicht rein, nicht rein Konstruktion abgeschlossen Was ist das? Ah, ah ja, meine Reparaturplattform, die ich mal irgendwann gebaut hab Ganz vergessen So Oh, 76 Einheiten, naja, schau mal wie weit wir kommen, du? Oh, 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 oh Speichern Drei kippt Rückendeckung Ah, ich geh so taktisch vor, ich bin so genial, ah Ah Ja Ja, genau, ich bin der Überstrateger Ich bin, ich bin Alexander der Große Nein, Moment, ich bin kein Griechisch, scheiße Ok, ich fahrt vor, los, los, los Oder ist einer kaput, egal Schiere Masse Die schiere Masse Und was ist das überhaupt, ÖG-Bunker, oder? Nein, Flammenwerfer Und scheiße, macht das viel Wirkung Oh, Moment, was ist das? Oh, jetzt weiß ich, was so viel Schaden macht Von wegen der Flammenwerfer Was ist dieser Raketenturm? Ist das eine Rakete, oder? Oder die...